Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Herzlich Willkommen in Night City, die Stadt, die immer schläft. Jawoll, ging es jetzt zu mir? Ich bin gerade erst aufgestanden und versuche jetzt hier Auto zu fahren. Mit einem geliehenen Auto von den Tiger Claws. Au, Idiot. Bleibt ja da einfach stehen, nur weil die Ampelmotors. Ich glaube, ich parke das Auto mal hier. Äh, so und... Ausleihen! Also sie sagt mir, was drin ist, dann gucken wir doch mal nach. So, Sündleder nach NC, um das Konzernembargo zu umgehen. Das Leder wird in Form von Jacken importiert, die dann an Underground Ripper geben, die sie für Implantate benutzen. Gesundheit! Die wiederum zu guten Preisen verkauft werden. Nettes System, oder? Mein Kunde hat die Anforderung aufgespürt, kann sich nicht, aber kann sich nicht persönlich darum kümmern. Deshalb bist du gefragt. Denk nur daran, dass die RCS Autos nicht anspringen, bis die Identität des Fahrers bestätigt wurde. Oh, und habe ich erwähnt, dass die RCS Lagerhalle von den Tiger Claws kontrolliert wird? Nein? Naja, jetzt weißt du es. Die benutzen den Laden zur Geldwäsche, also wundere dich nicht, dass die sich da rumtreiben. Sei vorsichtig und viel Glück! So, also das ist nicht Tiger Claw, das ist irgendwo Müllentfernung von irgendwelchem geiler Hut. Und da hinten haben wir dann auch noch mal das Kamerachen und da drüben auch nochmal. Dann breachen wir mal. Dann breachen wir mal. So, das markiert, das markiert. Das fängt ja toll an. Wie komme ich auf das Gelände drauf, ohne dass die mich hier sehen? Durch das Haupttor schon mal nicht unbedingt. Wer scheint da irgendwo da drin zu sein? Die waschen Geld. Warum waschen die ihr Geld? Na komm. Das Tor, das will ich nicht angezeigt haben. Die auch markiert. Haben wir hier noch mehr Umschläuchen hier auf dem Gelände? Wir sind da vorne. Och, da ballert schon wieder irgendwo der Gegend rum. Ah ja, da hinten. Der sitzt da mal ganz chillt. Äh. Und da oben ist noch ein Kamerachen. Das würde ich mal sagen, entsorgen wir gleich. So, sie geht dann da rüber und kriegt das Tor hier hinten auf jeden Fall mal auf. Okay. Irgendwie habe ich doch schon wieder gesiegt. Oh, und ich bin ja halb tot vom letzten Einsatz noch. Das ist auf jeden Fall ein Umstand, den wir verändern müssen. So. Hat dich die nicht ausgeschalten, die Kamera hier? Bleib gefälligst aus. Scheiß Kamera. Ja. Und der hockt da einfach und chillt, oder wie? Dann bin ich zu. Wir sind nicht. Du bist da. Okay. Dann bin ich mal erfolgreich. Dann bin ich fertig. Okay, dann habe ich mich da. Ich bin fertig. Okay. Okay. Ich bin fertig. Und ich bin fertig. Ok, da sitzt noch einer. Das ist jetzt a little bit ungünstig. Er steht da und telefoniert. Äh, halt! Halt mit dem Kopf still! Was ist das? Oh! Ja, ich glaube, die konnten nur meinen Kopf treffen. Das war dann tendenziell unglücklich. Und irgendwie mache ich immer noch zu wenig Dämmensch. Ich kriege die nicht gewonnen. Dann hätte ich das. Nicht irgendwas, womit bei denen... Ja, das hätte ich gerne vermieden. Aber wenn ihr gerne in Blut badet... Ja, komm. Dann fühle ich mich hier hinter auf jeden Fall sicherer. Was ist mit euch, Wixxer? Ja, komm. So. Wixxer, Wixxer tot. So. Wie war das mit dem Whisky Mixer? Schalten wir hoch in den Turbo! Schalten wir doch, wohin du willst. Da hinten ist er jetzt. Ihr Saufret. Ihr Loser mit euren Schmarrt-Gans. So, der ist noch Mange. Was ist mit euch, Wixxer? Was ist mit euch, Wixxer? Oh, oh. Was ist das? Schika! Genau dafür will ich den Slow-Mo haben. Damit ich da auch gemütlich den Leuten dreimal in den Kopf schießen kann. Dann fallen sie auch um. Oder viermal. So, äh. Wir probieren das jetzt noch mal. In der Hoffnung, dass wir dieses Mal vielleicht bei Licht entdeckt werden. So. 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 guck mirwörst Du? Ich geh dir mal auf die andere Seite rüber. Wahaha, wir sind da! 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 Da, Mario Omega! Ha, Mensch! im sprung aus dem sprung geschossen und jetzt wirklich doch ich habe mich schon für droht gehalten als ich doch gar nicht so tot war das ist ja aufgrund der waffelausstattung vielleicht nicht so leicht da durchschießen wird die nicht die ecke lehnt er sich nicht lasst das mit dem vernichten mal das ist keine so gute idee die Also zumindest tue ich das nicht so, gell? Wie ihr das jetzt hingeschmissen habt? Lass das mal. Also entweder du kommst hier jetzt rum, oder? Ach, wie blöd. Jetzt hat er sein Köpfchen, jetzt die Ball... Ja, komm rum. Trau dich nicht weggehen. Ich hab doch nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ja, die feige Sau. Oh, weil der noch feiger war als ich. Ja. 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 Jetzt ist der da drin natürlich alarmiert. Theoretisch könnten sie sich aber doch mal beruhigen, weil sie nicht wissen, was los ist. Die haben mich ja noch nicht gesehen. Jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt wird's blöd. Banzai! ich muss hier mal ganz dringend irgendwo out of sight und out of range gehen haben sich jetzt die anderen arschköpfe da eingemischt oder wie ich sag mal ihr wart überhaupt nicht eingeladen zu mitspielen ok also dem potenziellen gegnern sich zu verstecken und zu verschanzen blöde idee merken habe auch keinen keinen silencer aufsatz für das gibt es überhaupt habe ich überhaupt aufsätze für das teil es gibt einen aufsatz das ist ein zielaufsatz ok ok man kann hier also deckung sliden vielleicht ignorieren wir den da draußen jetzt auch einfach erstmal stoppen uns erst mal die hier drin so liebe mitarbeiter und rinnen willkommen in der rivier courier servicefamilie ganz recht familie für uns ist das nicht nur ein wort wir sind füreinander da und wir scheuen uns nicht einander die meinung zu sagen was immer auch passiert wir halten zusammen ohne diese eisernen prinzipien wäre rcs nicht das unternehmen das es heute ist wir sind einer der besten und innovativsten mit arbeitgeber in night city wir schätzen flexibilität ehrgeiz kreativität und die fähigkeit unter zeitdruck zu arbeiten kampferfahrung ist von vorteil vergessen sie nicht dass all unsere angestellten trainings absolvieren dürfen um ihre fähigkeiten zu stärken lassen sie sich diese gelegenheit nicht entgehen wichtig fahrerinnen tragen sie nicht nur die verantwortung für die korrekte auslieferung von waren sondern sind auch für die sicherheit und zustand der fracht verantwortlich verluste oder beschädigungen können zu geldstrafen führen dürfen sie prüfen sie vor fahrt antritt zudem immer die funktionstüchtigkeit ihrer waffe ins getriebe ok so jetzt komme ich hier nämlich hin ja mach doch einfach lass laufen tu dir keinen zwang an hat sich erledigt hier rosenpiesler jetzt sind wir da nämlich auch durch also mein wie wäre eigentlich viel mehr für noch mehr töten was haben wir hier neuer splitter vertragsende einheit nummer 27680743 zusätzliche leistungen elektrizität netzhochgeschwindigkeitsverbindung spezifikation der einheit gefrierschrank groß verriegelt mit anweisungen nicht öffnen der 50 jahresvertrag ist am 2.04.2075 abgelaufen der kunde hat den anruf zur vertragserneuerung nicht reagiert der inhalt der einheit wird am 10.04.2075 auf der gewünschten mülldeponie entsorgt kundendaten gelöscht euro dollars ich hoffe die musik ist hier nicht weiter von nachteil auf den bischen den bischen hat die die Doppelte Kameraausfall, Parallel. Irgendwie ist er voneinander separiert. Das ist natürlich etwas ungünstig, aber nachdem ich außerhalb vom Kampf bin, regeneriert sich ja mein Speicher für die Rex noch. Ich verschaffe dir über den Hauptcomputer Zugang zum Lieferwagen. So geht da einer weg. Was ist das? 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 So, okay. ich würde jetzt keine Rolle spielen ja, schießt alle nur hier rein schon richtig zipfel so, wieder einer weg hier drinnen was für Gewalttaten ich so in den Badlands ich verstecke mich doch überhaupt nicht die Ablenkung mit der Kamera war geplant und hat voll funktioniert das war genau so gewollt der Kap schon vorbei? ja, im Moment scheint der Kap vorbei zu sein wilden Kameras so, also das ist genau der Style für beim Wii, erstmal alle erschießen und dann alles einsammeln und dann kümmern wir uns um den eigentlichen Auftrag das ist der Plan äh, was haben wir hier noch? mit dem Lesen dann kriegt man scheinbar auch so ein paar billige Sammelaufträge nebenbei habe ich so das Gefühl zumindest ab und zu natürlich nicht jedes Mal willkommen in der Familie hier, jawohl hatten wir schon gelesen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Technik-Skill schon mal wieder ein Stückchen weiter. Da müsst ihr jetzt durch, dass ich hier die ganze Scheiße einsammle, dass die Folge halt ein bisschen länger. Ich gehe hier schon zum Rechtsanfang. Ich bin halt zu dumm zum Hecken. Über Direct Link autorisieren. Gut, dann verknüpfen wir uns mal mit der Kiste. Jetzt brauche ich glaube ich nur noch das Auto, kann starten und muss damit wegfahren, oder? Okay, Tor ist auf. Huch, es fährt sich ein klein wenig schrommig. Hoffentlich kommt keiner und will es mir wieder wegnehmen, das wäre jetzt sehr unfein. Weil so als Fahrer der Familie bin ich ja für die Sicherheit... Wie? Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Angegebener Ort da muss ich das Auto dann parken. In die Garage fahren, okay. Steht noch nicht ganz drin. Jetzt steht er ganz drin. Steig aus dem Wagen. Verlasse die Garage. Das war mal ein Paradebeispiel für einen perfekt ausgeführten Job. Eins mit Sternchen. Ja, ich habe alle getötet. Finde ich auch, dass ich das gut gemacht habe. Also, Auftrag ist Auftrag und Zeuge ist blöd. Also, müssen wir dafür sorgen, dass keiner übrig bleibt. So ist meine Arbeitsauffassung. In diesem Sinne, ich hoffe die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.